Hallo Kampfsportfreunde, liebe Grüße aus Wolfsburg sendet euch Fred Marhenke. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, wer gut werden will, muss viel trainieren. Wer sehr gut werden will, muss sehr viel trainieren. Auch in Zeiten, wo man glaubt, es ist nicht so wichtig oder es geht um nichts. Gerade da ist es wichtig. So Leute, haut rein, macht euer Ding. Tschüss.